Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Hilden. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 650 Euro pro Monat. Wir freuen uns in Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017